Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hello. Was ist eigentlich dieser Locker Room Talk? LO steht für Krieger, KR steht für... Habe ich das echt gesagt? Ja, du hast das echt gesagt. Das war doch jetzt Absicht. Das ist doch die neue Taktik, sich zu versprechen absichtlich, um Kommentare zu triggern. LO steht für Krieger, KR steht für Lochner, Kabine, Umkleide, World Wide Web, hallo. Sehr schön, das hast du fein gemacht. Und jetzt frage ich dich gleich, weil du so fein das gemacht hast hier am Karfreitag heute. Nehmen wir uns natürlich Zeit. Was brennt dir auf den Nägeln? Wirklich was, was ich persönlich an dich richte. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich bitte um Entschuldigung. Für was? Nein, ich habe... Nein, ernsthaft. Es kam unter dem letzten Locker Room Talk ein Kommentar. Und zwar ist dem Herren meine zunehmende Überheblichkeit hier gegenüber aufgefallen. Echt? Ja, und ich muss sagen, ich habe mir dann nochmal das angesehen auf zweifacher Geschwindigkeit. Und tatsächlich, das ist keine Überheblichkeit, aber es ist eine Gereiztheit. Eine Gereiztheit? Also das kann dann überheblich wirken, aber ich bin einfach nur von allen und jeden gereizt, obwohl die Leute da ja nichts für können. Überheblich finde ich das nicht, dann eher vielleicht ein bisschen zickig ist das falsche Wort. So zickig, bissig, so. Und das war in den letzten Wochen so. Wir hatten ja den Relaunch etc. Und da fällt natürlich viel an. Generell ist viel in den Wochen angefallen. Und ich habe gemerkt, ich wurde immer dünnhäutiger. Und dann habe ich das auch teilweise an dir rausgelassen. Und dafür ernsthaft, bitte ich um Verzeihung. Ach, so, alles gut. War völlig, also es gibt ja auch Leute, da weiß man, wie es gemeint ist oder dass es nicht böse gemeint ist. Du weißt, ist es nicht, aber trotzdem, ich muss dran arbeiten, weil du kannst damit gut umgehen, andere weniger. Ja, du bist ja auch noch jünger. Weißt du, ich bin, das klingt immer so blöd, wenn man sagt, ja, ich bin schon ein bisschen älter, aber man wird mit jedem Jahr ein bisschen entspannter. Es gab ja diese Woche auch wieder, es gibt ja ständig Probleme, wenn man Unternehmer ist. Es gibt ja wirklich jeden Tag 100 Probleme. Herausforderungen. Herausforderungen, ja, genau. Das eine ist weniger schlimm, das andere mehr schlimm. Und das Gute bei mir ist, wenn sowas kommt, ich weiß auch nicht warum, vielleicht ist das auch Verdrängung, bis ich das, bis ich erst mal das verarbeitet habe und mich aufregen kann, das dauert immer ein bisschen. Und oft ist dann, bis ich mich überhaupt richtig aufregen kann, ist es meistens schon wieder vorbei. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Nein, 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 das ist gut. Aber es führt uns ja dann quasi auch zu dem, was ich jetzt eigentlich sagen möchte, und zwar Beating Beta 2.0 ist raus und wir sind super stolz drauf. Also wir haben krass optimiert, also neue Features, es ist ein neues Muster-Depot draußen. Rost My Depot ist zurück, ja, ihr könnt euer Depot einschicken, gibt es gratis oben drauf, wenn ihr die Plus-Mitgliedschaft eingeht. Es ist eigentlich all das, was wir uns selbst immer gewünscht haben. Ja, es ist wirklich, es ist die Plattform, die man sich selber wünscht, wirklich kompakt, die wichtigsten Nachrichten, konkrete Depots, aber alles natürlich mit Strategie, optimal auch für Core Satellite. Also ich glaube, das ist wirklich super, wenn man jetzt auch ein ETF-Depot hat, dass man trotzdem dann Chancen suchen kann, Alpha generieren kann, gerade unser KI-Depot. Das ist schon genial, da sprechen wir heute auch drüber, glaube ich. Und wichtig, dieser Locker-Rum-Talk kommt am Freitag. Ich hoffe auch der Podcast. Ich soll dich daran erinnern. Ich schaffe es. Und noch bis Ostersonntag, also haben wir doch unsere große Osteraktion zum Relaunch. 40 Prozent sparen. 40 Prozent, ja. Ein Jahr Beating Beta für 299 Euro und das bleibt dann auch. Das bleibt natürlich. Und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auch in der Podcast-Beschreibung. Alles mit dabei, Daily Briefing, Roast My Depot, die Live-Talks, die Muster-Depots, unser Research. Alles gibt es bei Beating Beta. Wir freuen uns sehr. Neues Design, mega cool. Schaut es euch gerne mal an. Und wer darauf keine Lust hat, der kann auch das Daily Briefing jetzt sieben Tage kostenlos testen. Das möchte ich auch noch sagen. Also sieben Tage könnt ihr testen, wie Mario euch von Montag bis Freitag mit den wichtigsten Informationen der Börse versorgt. Und das hat nicht so schlecht funktioniert die letzten Wochen und Monate. Der Flow an der Börse ist ja erstaunlich. Während sich ja viele in die Hose gemacht haben zwischendurch. Ja, in die Hose wirst du dir auch gleich machen. Ich glaube, ich habe gerade noch irgendwas vergessen, aber ich bin so heiß auf dieses Blind Ranking. Das kam beim letzten Mal sehr gut an. Ja, das kam sehr gut an. Ich habe jetzt auch was Fieses. Und wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Und wir reden heute auch noch darüber, wie wir gute Aktien finden. Wie man wirklich recherchiert. Da hast du auch einiges mitgebracht. Wirklich mal ein paar Einblicke, was da so hinter den Kulissen passiert. Jetzt kommt das Blind Ranking. Bist du bereit? Ich bin gespannt. Ich habe auch eins mitgebracht. Ich finde das dann auch sehr schön. Da kamen auch ein paar Kommentare so, wie kann man den dann auf den Platz setzen? Ja, das ist ja, das ist ein Spiel. Also es ist natürlich auch... Also Leute, nochmal das grobe Konzept von Blind Ranking. Mario wird mir gleich, glaube ich, fünf Dinge vorstellen, die ich ranken muss. Ich weiß ja aber nicht, was als nächstes kommt. Also ich kann mich blamieren, aber ich kann auch Glück haben. Es ist ein Spiel. So, schieß los. Welchen Gast, der gerne mal, oder Gast, waren nicht alle auf dem Kanal, sag mal die meisten, der gerne mal einen Crash ankündigt? Also welchen Finanzexperten, der gerne einen Crash ausruft, würdest du dein ganzes Geld anvertrauen? Jetzt kommen fünf Namen. Okay. Der erste Name. Marc Friedrich. Also Rang 1 ist natürlich dann dein Favorit, Rang 5 am wenigsten. Fünf. Markus Krall. Bei Markus Krall ist das Ding, er wird halt viel in Gold machen, glaube ich. Was in Ordnung ist, Krall ist bei mir die zwei. Horst Lüning. Ja, also sein Depot ist mehr als solide, würde ich mal sagen. Also Horst müsste eigentlich ganz gut performen. Er hat ja Bitcoin viel. Horst ist bei mir die drei. Uran und Co. Jetzt hast du Marc auf der fünf, Krall auf der zwei und Dirk Müller. Vier. Und auf Rang 1 Robert Kiyosaki. Ich hab's schon relativ gut geschafft. Ist gut, ist gut. Ich hab nicht gedacht, dass du Marc Friedrich... Du hast, aber ich muss sagen, du hast unfair gespielt, weil du hast gesagt, Interviewgast, den hatten wir noch nicht. Ja, ich hab Gast, aber den hab ich dann... Okay, ja, Robert Kiyosaki. Vielleicht wird dazu noch irgendwann mal was kommen. Ich hab sowas gehört. Ja, ich auch. Ja? Ja, das könnte spektakulär werden. Rich Dad, Poor Dad. Naja. Äh, ja. Jetzt muss ich... Jetzt bist du da. Es geht in die ähnliche Richtung, aber bei mir ist es ein bisschen konkreter. Stell dir vor, du bist Christian Lindner. Ja. Du hast gerade die Aktienrente beschlossen. Und jetzt kommen die Bewerbungen rein. Oh, wer ist verwaltet? Ja. Mit den konkreten Produkten. Der Erste, der sich meldet, ist ein gewisser Warren Buffett und sagt, mach einfach Berkshire Hathaway. Auf die zwei. Auf die zwei. Dann kommt Dirk Müller mit seinem Premium-Aktienfonds. Ja, fünf. Fünf. Okay. Dann kommt Gerd Kommer mit seinem ETF. Ah, ist jetzt schwer. Ja, komm, ich setz ihn auf die Eins. Auf die Eins. Also sind noch drei und vier übrig. Ja. Dann kommt Andreas mit seinem GPO. Auf die drei. Und als letztes kommt Mario Lochner mit seinem Beating-Beta-KI-Depot. Ah, das ist... Ja, das... Auf die vier. Ärgerlich. Ärgerlich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil eigentlich war es bis dahin, war es eigentlich relativ stabil. Ja. Also du hast mich zumindest nicht komplett hinter die Fichte geführt. Aber Gerd Kommer, sagst du, Platz eins, vor dem Beating-Beta-KI-Depot. Ja, also für die Aktienrente wäre es wahrscheinlich... Nachhaltiger. Aber eine gute Kombi wäre natürlich Core-Satellite. 70, 80 Prozent Gerd Kommer und das Satellite-KI-Depot. Ja? Das wäre nicht verkehrt. Ja, das wäre doch... Robert Kiyosaki. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Ich habe mit anderen gerechnet. Du hast auch nicht damit gerechnet, weil Dirk Müller, du hast natürlich gedacht, dass ich den nicht gleich auf die fünf setze, aber ich habe konsequent... Ja. Ja, ja. Ja, aber ich habe auch, obwohl ich ehrlich gesagt nicht wusste, was so hinten rauskommt. Und mit Andreas habe ich noch gerechnet, aber gerade das fünfte wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Apropos KI-Depot, was für ein gutes Stichwort. Ja, vielleicht habe ich es ganz bewusst gemacht. Ja, das kann schon... Nein. Ja, Leute, es ist ja so, dass... Keine Sorge, das ist keine Werbeveranstaltung hier heute, aber es kommen ja immer wieder Fragen. Immer viele, super viele Fragen. Leute, wie recherchiert ihr eure Aktien? Was sind eure Quellen? Wie sieht das Ganze aus? Wie kommt ihr auf die ganzen Werte immer? Weil wir haben uns natürlich auch auf die Fahnen geschrieben. Ich meine, Apple, Tesla und so kennt jetzt mittlerweile jeder. Ja, ist super. Aber unser Ansatz ist es ja auch, die, ich sage mal, Aktienperlen zu finden, die jetzt nicht auf jedermanns Radar ist. Und wir haben damals, und das können wir euch auch verlinken, ein kostenloses White Paper erstellt zum Thema KI. Es ist ja immer noch ein Boom. Er hält länger an, als einige Skeptiker glauben. Und was haben wir damals gemacht? Und auf diese Arbeit bin ich nach wie vor echt noch stolz. Ja, das ist großartig. Weil das, was wir da gemacht haben, und das hatte auch so, das muss man wirklich sagen, das gibt es sonst nirgendwo, glaube ich, im deutschsprachigen Raum. Wir haben uns angeschaut, wie sind denn die Lieferketten dieser ganzen KI-Megagiganten, also Nvidia, Microsoft und wie sie alle heißen. Und dabei sind uns einige Dinge aufgefallen. Ich öffne mal meinen Laptop, dann können wir es uns gemeinsam ansehen. Aber damit ihr auch einfach mal seht, was wir so den ganzen Tag machen. Ja, wenn man nichts zu tun hat. Es ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun haben. Und wir können das auch mal einblenden, hier zum Beispiel von Microsoft. Das finde ich ganz spannend. Ihr seht das jetzt hier und dann gibt es Level 1 Zulieferer, Level 2 Zulieferer. Also die Level 2 Zulieferer beliefern die Level 1 Zulieferer und die gehen dann am Ende zu Microsoft. Und das splittert sich natürlich immer weiter auf. Und wir sind damals durchgegangen durch diese ganzen Levels und haben geguckt, okay, wo sind denn Unternehmen, die irgendwie bei jedem KI-Giganten dabei sind und auch einen relevanten Teil haben. Wir haben damals ganz klare Kriterien gesetzt. Wie gesagt, die ganzen Details ladet euch einfach runter. Komplett kostenlos. Da seht ihr das. Und da sind uns natürlich dann irgendwelche, da sind uns eigentlich sehr, sehr strikte Muster aufgefallen und so Unternehmen auch mal ins Auge gesprungen, über die noch nie jemand gesprochen hat. So. Und dann haben wir jetzt bei Beating Beta auch das KI-Depot. Und ich tue jetzt etwas, was wir eigentlich nicht machen, denn ich werde jetzt eine Aktie daraus verraten. Echt? Ja. Die gibt es jetzt exklusiv hier. Wie viele sind drin? Ich schätze mal so 15 bis 20. Ich glaube, 15, 18 so, ja. Ja, ich glaube, 17 sind drin. Und eine davon ist, das ist ein absoluter Top-Performer, eine Aktie, die, ich habe nochmal extra nachgeschaut, zum Zeitpunkt, wir haben das ja im Juli, haben wir damit gestartet. Doppelt so gut wie der Nasdaq bis hin. Doppelt so gut wie der Nasdaq insgesamt abgeschlossen. Und diese Aktie hatte damals nicht einen deutschen Google-Eintrag. Also wirklich jetzt keinen SEO-Beitrag, sondern wirklich mal einen Beitrag, den wirklich von einem Redakteur oder sonst wer geschrieben hat. Und die war nicht existent. Aber sie war bei fast allen Unternehmen ein Level-1-Zulieferer. Und das war eine südkoreanische Aktie und die ist auch in unserem KI-Depot. Und zwar SK Hynix. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus und ich muss sagen, mir war das damals auch kein Begriff. Dir? Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich glaube eher nicht, ne. Also SK Hynix. Also auf jeden Fall noch nicht öfter untergekommen. Also ich habe es zumindest noch nie in einschlägigen Börsen, Medien oder auch auf YouTube oder so gesehen. Vielleicht ist man schon mal irgendwo drüber gestolpert, aber ne. Und was haben wir dann? Nicht wirklich. Wie sind wir dann vorgegangen? Also wir hatten dann quasi unsere quantitative Auswertung mit irgendwie Unternehmen, die immer vorkommen. Ihr kennt ja die großen. Zum Beispiel der Klassiker ist ASML. Jeder, der sich ein bisschen beschäftigt, weiß, okay. Jeder eigentlich, ja. Alle krassen Chips, die man für KI braucht, muss aus so einer ASML-Maschine kommen. Das ist so der Klassiker. Ist natürlich jetzt auch ein Star geworden an der Börse. Deshalb ist es ein bisschen witzlos. Läuft aber trotzdem gut. Läuft super. Aber SK Hynix war so eine Aktie nie gehört. Was haben wir dann gemacht? Wir sind tiefer reingegangen und haben gesehen, hey, die ist auch super günstig bewertet. Also kein Mensch scheint sich irgendwie für die zu interessieren. Und was machen die? Steht auch detailliert alles im White Paper. Die machen die Memory Chips. Und die brauchst du quasi auch im System, wenn du so ein KI-System erstellst. Und die haben auch Kooperation mit Nvidia. Wusste zu dem Zeitpunkt irgendwie keiner. Klar, die Leute aus der Branche. Aber da haben wir gesagt, okay, das lohnt sich. Lass uns das probieren. Und diese Aktie ist jetzt auf Platz zwei der Top-Performer und hat seit dem 24.7., wo wir gestartet sind, eine Performance von 66 Prozent hingelegt. Und mittlerweile wird auch über diese Aktie geschrieben. Da muss ich mal nachgucken, wer da alles schon drüber geschrieben hat. Nein, es ist klar, jetzt können die Skeptiker sagen, auch Cherrypicking und so und vielleicht ist da auch was dran. Aber einfach nur, damit ihr mal versteht, was wir hier so den ganzen Tag machen. Und das ist nicht nur lustige Videos drehen, sondern wir arbeiten auch wirklich. Und das ist dann so eine Recherche, kann dann auch mal gut zwei, drei Wochen in Anspruch nehmen. Gerade die ganzen Lieferketten erst mal rauszufilgen. Ja klar, das war super aufwendig. Und das war dann wirklich so ein echter Goldgriff. Und da muss ich sagen, da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, dass wir das gemacht haben, eine Aktie gefunden haben, mit der wir Risiko gegangen sind. Weil das müssen wir auch mal sagen. Also jeder, der in dieser Szene arbeitet, dem ist ja bekannt, dass nicht nur Journalisten von Journalisten abschreiben, sondern auch Analysten von Analysten. Und ihr müsst euch das ja so vorstellen, wenn ein Analyst etwas covert, also eine Aktie covert und da sind zehn andere Analysten, die auf Buy sind, der braucht schon richtige Cochones, dann auf Hold oder auf Sell zu gehen. Das trauen sich halt einfach die wenigsten, weil es ist halt so ein Ding, wenn dann alle richtig, und du bist der einzige Depp, dann lieber mit der Masse untergehen und sagen, das haben ja alle gesagt. So, und das ist auch nur menschlich, das ist jetzt kein Vorwurf, aber mit dieser Aktie sind wir halt wirklich komplett diesen anderen Weg gegangen und es ist super, super aufgegangen. Und da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen stolz. Das kannst du auf jeden Fall sein. Und der Sinn des Depots war ja auch, eine Mischung reinzubringen, also geografisch. Da sind jetzt nicht nur amerikanische Aktien drin, zum Beispiel auch asiatische, das kann man verraten, sogar eine deutsche mit drin, auch japanisch zum Beispiel. Die einzige, die nicht läuft. Ja, die läuft noch, genau, aber der Sinn ist ja auch ein bisschen diversifiziert, trotzdem zu sein, nicht nur zu sagen, okay, KI-Depot sind jetzt fünf Chip-Aktien. Und dann, ja gut, ich meine, das kann ja auch jeder im Zweifel noch selber kurz sich zusammen googeln, sondern da ist ja schon ein bisschen mehr reingefallen. Ja, es ist krass, weil wir haben ja, also mit den Zulieferern, es ist ja auch so, Zulieferer sind ja auch deshalb so spannend und vielleicht auch nicht so spannend bei solchen Themen-Depots, weil die ja auch teilweise andere Geschäftsbereiche haben. Ja, klar. Und wir haben das aber als Vorteil gesehen, weil man dann breiter diversifiziert. Und in dem Fall ist es einfach so, dass wir robustere Aktien haben von der Schwankungsbreite, die halt trotzdem jetzt besser performt haben. Und dementsprechend, was das angeht, ist unsere Strategie super aufgegangen. Und das sind dann so die Erfolgsmomente, wo man echt wirklich, ich freue mich da richtig drüber. Und ich wollte jetzt einfach mal die Chance nutzen, um das Thema einfach mal einmal anzusprechen. Das passt auch gut zu einem Thema, das habe ich zu dir neulich, glaube ich, mal so beiläufig gesagt. Wie kommt man auf neue Ideen? Generell, wir haben ja vor kurzem drüber gesprochen, neue Formate. Da ist ja auch ein schönes Beispiel, wir haben jetzt unser neues Format gestartet, Klumpenrisiko mit Jonas auf dem Mario Lochner Kanal, wo wir uns inspirieren haben lassen von den Jungs von Culture Berlin. Und das ist so, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Also ich muss sagen, ich konsumiere eigentlich generell keine anderen Börseninhalte. Also natürlich sowas wie Bloomberg, klar, also Börsen-Light-Medien. Aber jetzt irgendwie andere YouTube-Kanäle zum Beispiel gucke ich mir überhaupt nicht an, weil das ist für mich völlig uninteressant. Also ich finde, man muss dann immer da hingehen, man muss wirklich raus aus der Bubble, sogar nicht nur aus der Bubble, sondern aus der ganzen Branche. Und da, finde ich, kommt man immer auf die besten Ideen. Das klingt so richtig plump, das ist wirklich so der Klassiker. Du sitzt genau, wenn du zehn Stunden am Schreibtisch sitzt und da fällt nichts ein, geh am besten nach fünf Minuten oder zehn Minuten einfach raus, an die frische Luft erst mal. Oder lies ein Buch. Also bei mir ist das so, da kommt das Hirn dann viel, viel schneller in Bewegung. Und gerade, wenn ich dann aus diesem Bereich rausgehe, ganz was anderes. Das ist für mich immer die beste Inspiration. Und tatsächlich kommen mir auch immer die besten Ideen, wenn ich mich mit ganz anderen Themengebieten beschäftige. Zum Beispiel, ob das Philosophie ist, ob das Psychologie ist, ob das, egal was ist, kann auch Sport zum Beispiel sein. Völlig wurscht. Also da bekomme ich immer viel bessere Ideen. Reisen ist auch so ein Klassiker. Ja, also da kommen mir auch mal am meisten Ideen, weil du einfach in einem anderen Umfeld bist, mal rauskommst aus diesem, ja, immer hier dasselbe. Es ist super. Also da werde ich auch gleich noch eine Geschichte erzählen, die eigentlich auch wieder so völlig banal klingt und wo wir auch eine tolle Aktie gefunden haben. Kurze Anekdote dazu. Unser ehemaliger Chef war auch schon im Locker-Room-Talk. Ich habe ja früher, als wir noch bei Focus Money waren, mit ihm immer die Cover gemacht. Also ich durfte das mit ihm machen, das hat mir super viel Spaß gemacht. Am Ende hatte er das letzte Wort natürlich, aber ihm war, ich durfte Input geben. Und das Cover ist das Wichtigste, um am Kiosk zu verkaufen. Du weißt es, also für euch, man sagt, das muss halt in der ersten Sekunde schon triggern. Also es muss irgendwas in mir auslösen, wenn ich es am Kiosk sehe, da ist natürlich, ich sage mal, die Konkurrenz ist stark. Man liegt da neben Spiegel, sonst was, nimm den anderen Börsenmagazin und da muss man rausstechen. Deswegen war das immer so ein Ding, da floss die meiste Arbeit rein. In ein Bild, Cover mit Zeile irgendwie möglichst Spannendes zu vermitteln. Und teilweise war das sehr zäh. Und ich werde das nie vergessen, er war in der Woche auch im Urlaub. Also Urlaub, er hat das trotzdem gemacht. Das war immer die Aufgabe, die er nie aus der Hand gegeben hat. Und dann rief er mich dann irgendwann abends an und sagte, Sinan, ich hab's, ich hab's. Und zwar, seine Frau hatte so ein Frauenmagazin, jetzt ist es nicht despektiert. Geschichte, glaube ich, kenn ich gar nicht. So, ja, doch, ich weiß nicht mehr, was war, Brigitte oder so. Jetzt nicht despektiert, aber so eher so, so Hausfrau-Magazin sagt man doch, oder? Frauen-Magazin, ja. Und da stand auf dem Cover, die wirklich wichtigen Fragen. So, völlig anders, aber hätte gesagt, das ist es. Weil das kann man natürlich auch super auf das Thema Börse drehen in diesem Fall. Und das war auch wieder so ein Beispiel, mal komplett rausgehen, ne? Und man kann alles irgendwie immer für sich adaptieren. Gerade das Thema Börse ist ja immer so, Börse ist alles und nichts. Am Ende passen unsere Themen so auf eine 1-Euro-Münze. Aber du kannst irgendwie alles drauf projizieren. Ja, Börse ist ja auch alles. Genauso wie Börse ist Wirtschaft, Wirtschaft ist Gesellschaft, alles Mögliche. Börse ist Politik, Börse ist Soziologie, Psychologie natürlich auch viel. Also da steckt, deswegen macht es ja auch so viel Spaß, weil so viele Bereiche drinstecken. Aber das finde ich dann auch immer so interessant. Und deswegen, glaube ich, scheitern ja auch viele Analysten mit ihren Prognosen. Wenn man sich das jetzt seit eineinhalb Jahren anschaut, dieser Klassiker, ja, wir schauen jetzt auf eine Kennzahl. Was weiß ich, die Insider verkaufen, die Zinsstrukturkurve, der Fear and Greed Index. Also es gibt so viele Beispiele. Oder hier, da wird jetzt ein bisschen der Konsum runtergegangen. Die Kreditkartenschulden sind jetzt vielleicht so hoch wie noch nie, zum Beispiel. Also klar, sind alles interessante Sachen. Aber es ist halt fast schon absurd, sich ein, so eine Sache rauszupicken. Und ja, es ist auch sehr, sehr schwer, generell da natürlich irgendwie Sachen abzuleiten. Aber ich finde, eigentlich die These muss ja immer sein, die Welt geht nicht unter. Beziehungsweise es passiert jetzt keine ganz große Katastrophe. Und ich finde natürlich ständig Gründe nicht zu investieren. Aber ich muss ja, wenn ich diese habe, muss ich ja auch eigentlich immer eine Gegenthese aufstellen. Und ich finde, da findet man meistens sehr schnell auch immer eine andere Perspektive. Und auch eigentlich relativ schnell eine andere Statistik, einen anderen Chart. Das finde ich auch immer so lustig, dass die Charts, die dann herangezogen werden, dass ich da eigentlich wirklich ohne danach zu suchen meistens, deswegen mache ich auch immer dieses Bulle versus Bär im Briefing, weil es wirklich sehr schnell geht, einfach komplett die gegenteilige Meinung zu finden. Und da sieht man ja schon immer, okay, jetzt zu sagen, das ist jetzt der Grund, warum ich alle meine Aktien verkaufe. Aber solange du immer Meinungen für beides findest, bin ich immer beruhigt. Schlimm wäre es, wenn es nicht mehr der Fall wäre. Ja, es könnte ja auch wirklich mal der Fall sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt gerade irgendwie, finde ich jetzt gar keine Argumente mehr gegen das oder finde jetzt auch irgendwie keine narrative mögliche Szenarien, da sagt, okay, das könnte jetzt überraschen oder darum könnte es steigen. Klar, der Punkt kann natürlich schon irgendwann gekommen sein. Gerade sehe ich den Punkt noch nicht. Ja. Kommen wir zu deiner Aktie. Klar, ich habe noch einen Filmtipp. Ich habe mir noch einen Oscar-Film angeschaut. Poor Things mit Emma Stone, William Dafoe. Worum geht es? Wie ich das jetzt erklären soll, das weiß ich auch nicht. Elevator Pitch. Also es ist, ich mache es jetzt wie in so einem Magazin. Ei, 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 ei. Nee, es ist geeignet für Leute, die Grand Budapest Hotel und Forrest Gump sehr gut finden. Das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt zwei Filme mischen müsste, also es hat die Optik eine sehr futuristische, blumige Optik, also total abgespaced mit, ja, fast schon wie so ein Theater eher. Es ist auf der einen Seite eine Komödie, es ist auf der anderen Seite aber auch sehr dramatisch. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist ein... Es scheint dir ja super gefallen zu haben. Nee, der Film, ja, ich muss sagen, die ersten, es hat auch ein bisschen was von Frankenstein. Also es ist total, es ist im Endeffekt, der Film ist komplett irre. Aber ich fand ihn sehr, sehr gut. Die ersten zwei Minuten habe ich mir schon gedacht, oh, hoffentlich, hoffentlich halte ich das aus. Also es geht um Emma Stone, ein Mädchen, oder eine Frau besser gesagt, also die stirbt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die fällt irgendwie von der Brücke und ist schwanger und dann kommt Dr. Frankenstein und baut, glaube ich, das Hirn von dem Kind in die Frau rein und dann ist die halt erstmal ziemlich unbeholfen, weil sie halt quasi im Körper einer Erwachsenen und das Hirn von einem Kind und deswegen richtet die halt nur Mist an. und dann lernt sie aber auch Männer kennen und dann wird sie ja quasi so erwachsen und wird halt vom infantilen Depperl dann irgendwann zu einer, sag ich mal, selbstbestimmten Frau, die aber natürlich trotzdem immer noch viel Mist anrichtet. Deswegen habe ich über Forrest Gump gesprochen, weil der ja auch schon Intelligenz gemindert ist, auf der anderen Seite dann auch irgendwie da recht smart ist. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Total verrückter Film, abgespaced. Und ich habe mir auch zwischenzeitlich gedacht, oft war er irgendwie schon Teil Gaga, aber ich fand ihn gut. Man mochte ihn irgendwie sehen. Ich hoffe, dieser Elevator-Pitch war im Burj Khalifa. Und jetzt sind wir ganz oben angelangt. Ja, das kann man, also den Film kann man, man könnte so, man könnte in einem Satz sagen, ja, das ist irgendwie so ein, wie sagt man, wie sagt man zu diesen Sachen so, wo man erwachsen wird. Coming-of-Age-Story, könnte man sagen. Aber das sagt halt nichts aus über den Film, weil der ist so besonders, so speziell. Ich kann auch verstehen, wenn man den schrecklich findet, kann ich absolut verstehen, aber ich fand ihn gut, weil er mal anders war. Problem ist, ich habe Forrest Gump und Budapest-Dings nie geguckt. Beides gute Filme. Forrest Gump habe ich schon häufiger gehört, dass der gut ist. Den hast du noch nie Forrest Gump gesehen? Nee, was ist das? Du weißt gar nicht, worum es da geht? Nee. Du kennst doch die Szene, wo er läuft, wo er mit den Nike-Schuhen durch jahrelang läuft und dann so einen Rauschebart hat. Wer? Ja, Tom Hanks. Forrest Gump. Tom Hanks kennst du aber. Forrest Gump ist doch für dich mal, nee, du fliegst jetzt weg, das wäre so ein klassischer Osterfilm. Tom Hanks habe ich schon mal gehört. Hat der nicht mal so einen Film in so einem Zug gemacht? In einem Zug? Irgendwie so Express. Ja, das kann schon sein. Polar Express. Polar Express. Ja, das ist ja ein Zeichenträg-Film. Wie sagt man? Aber da hat er doch mal. Irgendwie habe ich Tom Hanks immer mit. Es kann sein, dass der da jemand gesprochen hat, ja. Das kann schon sein, dass der den Zugführer gesprochen hat oder wie auch immer. Mensch, du bist hier wirklich ein cineastischer Analphabet. Forrest Gump. Jetzt fällt mir gerade ein schöner Kommentar ein von letzter Woche. Da hat jemand geschrieben, das hat mich wirklich sehr gefreut, dass er den Talk, ich glaube beim Kochen, ich habe es dir bei WhatsApp geschickt, beim Kochen mit seiner Frau gerne hört. Ja, das ist krass. Als wären gute Freunde zu Gast. Also es freut mich wirklich sehr. Oder uns. Also es ist mega, sowas zu hören. Ja, es motiviert wirklich sehr. Wobei wir natürlich... Geht ans Herz. Wir haben ein Frauenproblem in diesem Talk, ne? Das ist so. Ja, mein erster Impuls war auch die arme Frau, habe ich mir gedacht, wenn die sich das gelaber von uns anhören. Wenn ich in unsere Insights schaue, dann sage ich, dann sehe ich, wir haben 95% Männer hier und ich hätte gerne mehr Frauen. Deswegen habe ich jetzt auch, das ist auch ein feministischer Film, so wurde es auch ausgelegt, Poor Things, arme Dinger. Ist auf jeden Fall wie eine Frau sich durchsetzt. Können sich die Frauen mal melden? Also wenn du eine Frau bist oder dich als Frau identifizierst, schreib mal bitte in die Kommentare, ich bin eine Frau. Das ist, das ist bitte nicht, das ist ja furchtbar. Ich bin eine Frau, was ist das für ein Schwachsinn? Einfach, ihr könnt ja irgendwas Normades schreiben. Irgendwas, schreibt, was ihr für richtig haltet. Schreibt, wen ihr hübscher findet von uns. Das, ich, in meinem Alter kümmert man sich nicht mehr um Aussehen. Wie hat Mehmet Scholl das gesagt? Früher war ich eitel, heute weiß ich, dass ich schön bin. Sehr gut. Nein, ich möchte das mal, da muss mehr kommen. Da muss mehr kommen. Ich will mehr feminine Energie. Ja, deswegen ja der Filmtipp hier. Gerade für Frauen so. Meiner Freundin hat der Film auch gut gefallen. Sehr gut. Und die ist da auch, die ist so wie du, die meckert da auch immer rum. Ja. Hier und da. Weißt du, was ich so krass finde? Auf TikTok gibt es das ziemlich viel. Captain Retro zum Beispiel. So Retro, das ist immer mit seiner bestimmten Musik und dann hast du da so eine Galerie und so, ja, diese Gerüche erinnern dich an deine Kindheit oder aus den 90er Jahren. So diese ganzen Sachen, die es da gab. So Sticker, Panini-Sticker-Album und Gameboy und dann so Jahre, so 1995, was da alles passiert ist und so. Ey, ich finde das ganz toll. Du bist ja ein bisschen jünger, aber hast du das auch noch gemacht? Weißt du, was so der Klassiker war? Samstag früh aufstehen, so, ich sag mal so um sieben oder so. Also wenn man aufgewacht ist, die Eltern haben noch geschlafen, samstags, dann runtergeschlichen ins Wohnzimmer. Ich hab mir dann immer so ein Müsli gemacht, so richtig, was man eigentlich nicht essen soll, so eine Zuckerbombe. Halt irgendwie so, du kennst ja auch diese ganzen, wie, nicht den Smarties, wie hießen die, mit diesem Froststart drauf. Kellogg's, Max. 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 Max, ja, nicht Smarties, Max. Kellogg's Max. Max hast du gegessen? Ich hab alles gegessen. Fruit Loops? Ja, die fand ich immer optisch sehr gut, aber die haben mir nie so richtig geschmeckt. Auch diese Schokoflock mit dem Affen mochte ich gern, diese kleinen. Später kam mal Lines raus, das ist krass. Ja, was ich nie so mochte, waren, wie heißt der Klassiker mit dem Hahn da drauf? Nee, Crunchy Nut einfach ganz normal. Nee, ne Kellogg's. Die Frosties fand ich okay, aber auch war auch nicht mein Favorit. Nee, wie heißen die, wie heißen die, 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 die Crunchchips da, die, wie heißen die? Der Crunchy Nut haben wir immer gesagt. Wie heißen die? Na, diese ganz normal. Cornflakes halt. Ja, diese ganz normal, ja. Die mochte, ja, so okay, aber... Was sind deine Lieblings? Es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort. Also, das, von den ganzen Müsli's? Ja. Ja, ich hab die alle seit 100 Jahren nicht mehr gegessen. Also, ich glaub... Tresor. Ja, welche, was war das für ein Ding? Das sind diese, 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 diese Kissen, die so gefüllt sind. Ja, was ist da drin? So Schoko, Nougat. Schoko. Boah. Tresor ist so... Die hab ich, glaub ich, gar nicht so gegessen. Tresor ist super. Aber gibt's irgendwie seit ein paar Monaten nicht mehr. Vielleicht haben sie sie eingestellt. Echt? Unglaublich. Was ich wirklich geil finde, sogar heute noch, aber das esse ich auch nicht, ich finde wirklich dieses, diese Schoko-Müslis super. Ja. Von Vitalis oder wie das heißt. Ja, das schmeckt wirklich geil. Eigentlich Müll, ne? Ja, das ist sehr technisch. Das ist wie, wie, ja, das ist Zuckerbombe hoch 10. Und mit die krassesten Margen, die es gibt. Eigentlich sollten wir ein Müsli rausbringen. Das Lockerroom-Müsli. Lockerroom-Müsli. Und was ist drin? Einfach alles zusammen. Schrobt. Einfach alles zusammen. Tresor gemischt mit Cornflakes. Die Reste vom Schweinefutter. Ja. Drinnen. Genau. Ja, das ist... Ich hol mir so ein Vitalis-Müsli. Da hab ich, da hätte ich gerade richtig Bock drauf. Nein. Also keine Werbung, Leute. Nicht falsch verstehen. Das krasseste ist eigentlich My Müsli. Also die müssen Margen von 900 Prozent haben. Ja, das ist verrückt. Die finde ich aber... Die sind so okay, aber da war ich auch nie ein Fan davon. Ich glaube, es gibt... Also dann diese ganzen... Süßhaft teuer. Diese ganzen Eistee-Marken. Die haben Margen, das ist unglaublich. Ja, ja, stimmt. Du meinst Brat-Tee und sowas. Ja. Und... Der schmeckt aber nicht schlecht. Ja, ich hab letztens... Ich hab den irgendwann mal probiert. Den fand ich wirklich nicht schlecht. Ich hab letztens... Weil das ist ja so ein Ding. Ich hab mir Gunnergy gekauft. Ja, nee, das macht mich... Ich find das den Namen schon so lächerlich. Aber die, ähm... Ich muss wirklich sagen... Ist von Monte, oder? Ja. Montana Black. Ich bin halt generell gar kein Energy-Trinker. Nee, nee, boah, nee. Ich auch nicht. Wenn ich das schon rieche... Ich fand's aber besser als zum Beispiel Red Bull. Also, ach ja, die Leute regen sich ja mal darüber auf, dass ich einige Menschen verunglimpfe, die bestimmte Dinge tun. Menschen, das sag ich dir fein raus, die Red Bull so trinken, Kontrolle über ihr Leben verloren. Also, das Krasseste finde ich, wenn du morgens so um acht irgendwie, man siehst ja so Kippe und Energy-Drink. Da krieg ich, also ich sag das wirklich, da krieg ich, selbst wenn ich nur dran denke, Brechreiz. Ich hatte, als ich früher noch zu unserem Arbeitgeber gefahren bin mit dem Bus, ja, bin ich ja... Ich konnte ja durchfahren mit dem Bus. Ja, damals noch, wo ich Bus gefahren bin. Ähm, jetzt nur noch aus dann auf dem Viktor-Alzheimer. Der Typ war krass. Der hat mich krass provoziert. Der arme Mann, aber egal. Der ist jeden Morgen... Und du hast das Bild vor dir. Pass auf, ich zeig mir das Bild. Ich rieche jetzt auch. Ja, ja, pass auf. Jetzt kommt's. Wir sind an derselben Bushaltestation eingestiegen. Spricht nicht für mich, ich weiß. Er hatte einen eigenen E-Scooter. Ehe schon mal krass. Einen eigenen, nicht von Leim irgendwie gemieteten eigenen. Ja, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Dann Chicago Bulls Cap. Ja, das ist auch nicht schlimm. Hat gewabed. Gewabed und hatte immer zwei Dinge in der Hand. Einen Red Bull und einen Leberkass-Sammel. Das ist schon hardcore. Jeden Morgen. Der Geruchskombi ist hardcore. Ey. Der hatte mich so provoziert. Dieses... Am besten riechen diese, wie heißen das, diese komischen Salami-Snacks da, diese Sticks. Das ist eh schlimm. Da war ich ja schon in der Schule krass, wenn es irgendwie so Ausflüge gab. Ne, so Bus-Ausflüge, kennst du ja. Wenn da einer in der Tupperdose so Frikadellen hatte. Das stinkt halt wirklich brutal. Und kennst du das, wenn dann die Tupperdose schon so beschlägt von diesen Frikadellen? Hier sagt man ja Fleischpflanze. Frikadellen. Ja, stimmt, ja. Und dann beschlägt das schon so. Boah, ganz schlimm. Ich werde meinen Kindern später, es tut mir leid, jetzt schon eine Entschuldigung an meine Kinder, ich werde denen niemals sowas mitgeben. Ich gebe denen zwei Euro mit. Ist das ein Ick für dich, wie man... Ein Ick. Ein Ick. Massivster Ick, den es gibt. Die kriegen fünf Euro und dann sollen sie sich da was beim Schulkiosk kaufen. Ich weiß gar nicht, das wäre auch mal interessant, was es da mittlerweile gibt, weil früher gab es da auch immer, es gab immer so diese Semmeln und so, da gab es auch immer diesen komischen Kakao da. Also da gab es auch mal so ganz strange Sachen in einem Schulkiosk. Das war krass. Brezel natürlich. Hattet ihr das auch, dass es in der Klasse so einen Kakao- und Milchdienst gab? Ja, es gab so einen Automaten, da gab es auch irgendeine komische Suppe. Ich glaube, Leute, hattet ihr das früher auch? Das waren einmal am Tag, das konnten die Eltern bestellen für einen, einen Kasten und dann war da entweder Milch oder Kakao drin. In der Grundschule war das. Das ist ja wirklich Nobel. Ja, aber das war krass. Ich war in der I-Klasse, ich hatte das ja schon mal erzählt. Und also wir waren, alle Ausländer in meinem Jahrgang der Stadt wurden in eine Klasse gepackt. Ich war auch dabei, so als Zwitter. Aber du bist ja kein Ausländer. Ja, aber vielleicht war es einfach Pech, dass ich dabei war. Kein richtiger. Aber vielleicht haben sie mich auch so als Bindungsmitglied reingemacht, was krass lief. Ja, ich war immer so links und rechts. Hat alle gegeneinander aufgehetzt. Tatsächlich manchmal ja. So, und das war heftig, weil wir waren 30 Kinder, 8 Ausländer und mich. So, ich zähle mich so. Also 9 zu 21. Und in diesem Milchkasten waren immer 21 Milch- oder Kakaoflaschen. Weil alle Deutschen hatten das, nur die Ausländer, die haben das halt nie gemacht. Aber es waren immer 2, 3 Kiddies krank. Und dann gab es immer Schlägerei unter den Ausländern, wer das haben darf. Faszinierend. So ging es damals los. So ging es damals los. Zwei-Klassengesellschaft. Und meine Eltern haben irgendwie nie mir so eine Milch oder so einen Kakao. Das habe ich noch nie gehört. Nee, bei uns, da gab es so einen Automaten. Ja, nee. Da waren immer, da kamen so braune Becher, also Außenbecher braun und innen so, wirklich wie im Zuchthaus. Da gab es auch so Kakao, das war ganz... Brutal ekelhaft. Da gab es irgendwas mit Zitrone, glaube ich. Und dann gab es irgendeine Brühe. Ganz wild. Wirklich wie im Zuchthaus. Was ist ein Zuchthaus? Ja, so ein Gefängnis. Laufhaus kenne ich. Laufhaus, ja, da kennst du dich aus. So, haben wir noch was Spannendes. Also, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, aber nur ganz kurz, mache ich mal Werbung für Disney, weil ich da wirklich beeindruckt bin. Ich habe das auch mal deabonniert. Ich mag aber tatsächlich Disney Plus von diesen ganzen Streaming-Anbietern am liebsten. Also von der Optik, gut, mir ist es auch am sympathischsten vielleicht, gebe ich offen zu. Und ich finde das schon stark. Da kannst du, gut, muss das Simpsons-Fan sein, alle 34 Staffeln. Family Guy, alle 21 Staffeln. Von den Filmen sind sie, finde ich, auch mittlerweile stabil. Und da gab es jetzt auch diesen Poor Things einfach. Der ist ja gerade erst, ja, im Oscar ausgezeichnet worden. Gibt es bei Amazon Prime, kannst den kaufen für 15 Euro. Und bei Disney Plus gab es den einfach. Also, wirklich stark. Ich habe mich auch neulich gefragt, gibt es eigentlich Leute bei Netflix, gibt es da noch irgendeinen Grund, eigentlich das abonniert zu haben? Also, gut, die ganzen Filme, die gibt es aber auch bei Prime, bei Disney Plus gibt es auch viele. Wenn ich jetzt mal auf die Eigenproduktionen schaue, da kommt ja ständig irgendwas. Aber was, Leute, schreibt es gerne mal in die Kommentare, so in den letzten Monaten war da wirklich gut. Was ist da noch richtig, weil früher hattest du ja viele Stranger Things, weiß ich nicht, ob das noch produziert wird, da gibt es glaube ich mehrere Staffeln, das habe ich mal angefangen, aber das fand ich auch, also vor zig Jahren, war okay, aber ganz nett. House of Cards damals war ja gigantisch, aber das gibt es ja auch schon lange nicht mehr, also kann ich natürlich noch gucken, aber ist ja schon lange durch. Also, was ist so eine Netflix-Eigenproduktion, wo man sagt, diese ganzen Filme, die sie alle machen, die... Naja, Squid Game war nochmal... Squid Game war ganz cool, da soll doch glaube ich mal eine neue Staffel kommen, oder? Also Mario, ich bin der beste Netflix-Kunde, weil ich habe es, aber ich nutze es nicht. Ja, aber vielleicht auch, weil die Sachen halt gar nicht mal so geil sind. Nee, meine Freundin ist da irgendwie immer drauf. Irgendwas guckt die da jetzt, aber... Ja, aber das meine ich so, weißt du, auch so Sachen, worüber jetzt jeder spricht. So, Squid Game war so das Letzte, glaube ich, was mir einfällt. Auch dieses Love is Blind, das ist auch... Aber Netflix hat sich jetzt die Rechte für Jake Paul gegen Mike Tyson gesichert, ne? Umsonst für alle Netflix. Ja, okay. Das wird krass, Netflix geht immer mehr in Sport. Die haben ja jetzt auch dieses Nadal-Alcaraz-Show-Match, haben die? Ja, aber wen interessiert ein Show-Match? Und die... Also gerade von neuen Sachen echt wenig. Also ich finde, auch wenn ich bei Netflix so durchgucke, was mir da vorgeschlagen wird, das ist auch alles so vogelwild und irgendwie mich erschlägt das so. Ja. Ich merke aber immer, wenn ich mit dir... Du arbeitest zu wenig. Ja, vielleicht. Ist los. Na, ich lasse das aber auch oft... Ich lasse das machen. Nee, ich bin schon so ein positiv ausgedrückt Multitasking-Opfer. Man könnte auch sagen ADHS oder was auch immer. Ach, du machst dabei Sachen? Ja, ich habe früher auch... Ich habe immer... Ich hatte immer Tennis laufen. Wenn ich auch schon im Studium oder so, wenn ich gelernt habe, da lief immer der Fernseher. Nee, das ist völlig... Das kann ich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Außer der... Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Auch das Beste für mich ist, ich glaube, das habe ich auch mal bei Tim Ferriss gelesen, das habe ich aber nicht von ihm übernommen, sondern ich habe mich da sehr wiedererkannt. Ich weiß gar nicht, was das bei ihm war, ob er, glaube ich, auch Sachen geguckt hat, was mich unheimlich beruhigt, zum Beispiel Game of Thrones. Ich glaube, ich habe Game of Thrones schon zehnmal durchgeguckt, aber halt so nebenbei. Zum Beispiel lief tatsächlich, als ich mein zweites Buch geschrieben habe, lief immer Game of Thrones nebenbei. Ich weiß jetzt auch nicht, warum. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, so, das machst du jetzt. Sondern das hat dann sowas irgendwie, ich weiß auch nicht... Eine Routine. Ja, eine Routine oder vielleicht... Ich kann es nicht logisch erklären, aber es... Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist einfach... Nee, das kann ich gar nicht. Also, wenn ich irgendwie konzentriert arbeite, da muss es richtig still sein. Ja, ich habe das auch manchmal... Weißt du, wenn du jetzt gerade was fertig kriegen musst, wenn du jetzt weißt, zum Beispiel Klassiker, wir drehen jetzt das Briefing für YouTube und ich weiß, okay, ich muss jetzt in einer Stunde los, ins Studio und muss jetzt das hier fertig kriegen. Dann mache ich mir auch Kopfhörer rein mit dieser Gamma-Beta-Alpha-Musik, dieses... Auch das kann ich nicht. Na, aber das ist ja nur diesen White Noise quasi, dass du das reinmachst und dann hörst du schon mal nichts, weil wo ich wirklich sehr empfindlich bin, wenn irgendwelche Geräusche kommen. Also, zum Beispiel, mich stört es jetzt nicht, weißt du, wenn der Fernseher läuft, wenn aber jetzt irgendjemand in der Wohnung ist zum Beispiel oder wenn die Katze rumhaut oder wenn irgendjemand schreit oder wenn jemand an der Tür klingelt. Das ist wirklich... Da bin ich, so wie was du vorher beschrieben hast, wenn es zu Hause an der Tür klingelt, ich weiß nicht warum, da werde ich richtig aggressiv. Weil das bringt mich so komplett raus. Gerade wenn ich arbeite, da bin ich so... Also, da fluche ich meistens. Ich hasse das auch. Weil das bringt... Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht logisch erklären, aber das bringt mich so komplett aus der Fassung. Ich habe da noch den Verstärker, der liegt da gerade, der dreht dann auch immer durch. Ja, ja, der würde mir noch fehlen hier, der Doggo. Hubert, der bellt da noch. Jetzt schläft er gerade. Ja, ja, ne, klingelt. Ich habe ja jetzt mir angewöhnt, dass ich bei Nummern, die ich nicht kenne, dann gehe ich nicht dran. Also, Nummern, die ich nicht kenne, gehe ich nicht dran. Und ich sage immer, wenn es wichtig ist, dann rufen sie nochmal an. Oder meistens sind das dann Leute, die eine Mail schreiben. Und letztens war das eine andere Nummer von einem geschäftlichen Kollegen. Und der war voll verwirrt, weil der hatte irgendwie seine Hände, der musste ein anderes nehmen, keine Ahnung. Und dann hat er mich dann später von seinem richtigen angerufen. Dann habe ich ihm das erklärt und ich glaube, er war ein bisschen pikiert. Aber ich habe... Pikiert ist auch ein sehr schönes Wort. Ich glaube, er konnte das nicht ganz so einordnen, aber dann habe ich ihm das erklärt, dass ich das nicht mehr mache. Also, wenn mich jemand anruft, außer jetzt bei dir, weil wir telefonieren ja... Also, tatsächlich, wenn du anrufst, du bist, glaube ich, der Einzige, wo mich das irgendwie nicht nervt, beziehungsweise wo ich mir jetzt nicht denke, okay, jetzt ist irgendwas Schlimmes. Also, ich verbinde immer einen Anruf eigentlich so, oh Gott, jetzt ist irgendwie so ein Notfall. Das ist eigentlich schon schlimm, dass man schon eigentlich... Dass es so unnormal geworden ist, zu telefonieren. Außer jetzt vielleicht mit engsten Freunden oder Familie. Bei welchem Namen regst du dich am meisten auf? Sag ruhig ehrlich. Naja, wenn Chris anruft im Zweifel, der sich bei uns um IT und alles kümmert, dann denke ich halt immer schon, okay, scheiße, es ist irgendwas passiert. Aber nicht, dass ich mich aufrege, sondern dass ich halt mir denke, oh, das ist jetzt nicht gut. Bei mir ist Safe Steuerberater. Safe. Der ruft bei mir fast nie an. Manchmal ja, dann weiß ich, hinsetzen. Jetzt kommen wir noch zu einer spannenden Aktie. Jetzt haben wir das lange rausgezögert. Aber ich hoffe, ihr seid noch dabei. Gerne auch, wenn euch der Tor gefällt, gerne Daumen hoch, um uns ein bisschen zu pushen und auch gerne mal, wenn ihr Podcast hört, gerne auch mal fünf Sterne geben. Ich habe gesehen, bei Spotify das ist ja Wahnsinn. Also, da haben wir jetzt, glaube ich, schon über 150 Bewertungen oder so. Also, herzlichen Dank auch dafür. Mit zweieinhalb Sternen. Nee, 4,6, glaube ich. Ja, da geht mehr. Leute, bitte. Bitte. Es ist wichtig. Wer hat da keinen fünf Sterne gegeben? Sonst stellen wir diesen Podcast an. Ja, es wird der Podcast eingestellt. Und gerne auch ein Abo dalassen, Leute. Also, uns macht das wirklich großen Spaß. Das Einzige, was mir noch Spaß macht. Ja, das Einzige, der einzige Sinn im Leben, den wir noch haben. Und Lennox. Merkst du das? Ich habe heute Augenlid zucken. Oh ja, das ist... Das habe ich immer nach stressigen Phasen. Kein Scherz. Ja, das habe ich, glaube ich... Nee, ich hatte das auch schon mal irgendwann, aber das habe ich... Mich nervt das gerade. Krass. Ja. Egal. Komm. Ich hoffe, du hältst es noch kurz aus. Lennox. Sehr spannendes Unternehmen. Und da sieht man auch immer wieder, dass man auf gute Ideen kommt, wenn man einfach mal durch die Weltgeschichte fährt und einfach mal so einfach denkt. Und zwar, das Lustige ist, die ist ja quasi bei einem Screening, wenn man mal ein Dividenden-Screening gemacht hat, wo man wirklich, wo du alles da hast durchlaufen lassen, natürlich Stabilität, Wachstum, alles mögliche, aber auch natürlich Bilanz und Co. Und da war die auch dabei. Und das Geschäftsmodell ist spannend, denn die machen Wärmepumpen, aber die machen auch Klimaanlagen. Also, die machen eigentlich das Rundum-Paket. Und ich habe mir das letztes Jahr gedacht, als ich in den USA war, Louisiana, im Juli war es glaube ich, da ist es schon gut warm. Und in den USA haben die ja wirklich jede Bumsbude klimatisiert. Also, wenn du da irgendwo bist bei einem Hotel und da sitzt einer da in seiner Bude und verkauft ein Eis oder es werden irgendwie Tickets verkauft. Es ist ja alles durchklimatisiert. Das ist schon brutal. Und dann habe ich mir auch gedacht, wenn man jetzt mal logisch denkt, also wir gehen jetzt davon aus, Welt wird wärmer. Ist schon wärmer geworden, ist warm. Das ist ja immer die erste Hypothese. Sagen wir mal, selbst wenn sie nicht wärmer werden würde. Sie ist ja schon wärmer geworden. Sagen wir mal, wir haben warme Sommer und vielleicht das Problem, dass es noch wärmer wird. Das ist ja schon mal das erste. Dann haben wir ja auch das Phänomen, dass wir immer mehr ältere Menschen haben, was ja auch schön ist. Und das werden immer mehr. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie unangenehm das ist, vielleicht mit 80, 90 so ein richtig heißer Sommer. Also die Kombination habe ich mir gedacht, also erster Impuls, gut, man will das irgendwie stoppen, aufhalten, Wärmepumpen und Co. Aber auch das Problem, dass es jetzt vielleicht schon gibt und wenn es dann nicht funktioniert, sozusagen die Bekämpfung, die Eindämmung oder das damit klarkommen, Anpassung daran. Und Lennox macht einfach beides. Ich kann mich daran erinnern, als du wieder kamst und ich habe dir das Screening vorgelegt und du hast gesagt, Sinan, Lennox ist spannend. Auch da jetzt natürlich. Keine Anlageberatung, ich habe die Aktie auch mittlerweile selber im Depot. Und sie ist bei uns, das können wir jetzt auch liegen, im Dividendendepot, was auch super läuft. Jetzt haben wir schon das zweite verraten. Aber nein, ich kann mich daran erinnern, ich habe dir das alles vorgelegt, so nach meinen quantitativen Sachen. Und dann sagst du, Sinan, Lennox ist geil, die muss rein. Dann hast du mir das erklärt, auch mit genau diesem Gedanken. Hey, Klimawandel, den aufzuhalten, ist ja schön und gut. Das ist an der Börse in letzter Zeit, hat das nicht so gut funktioniert, die Story. Aber sich dem Klimawandel anzupassen, das ist doch was. Und Lennox ist eigentlich der perfekte Hedge, weil die beides machen. Die machen die Wärmepumpen für die, die uns alle retten wollen. Und die machen die Klimaanlagen, die einfach nur weiterhin entspannt leben wollen. Und das ist so gut. Und die Börse hat es dann irgendwann auch kapiert. Ich öffne mal kurz. Ja, die läuft schon länger ziemlich gut. Lass mich mal schauen hier. Automarge auch über 30 Prozent, auch nicht so verkehrt. Die läuft. Aber bitte, Leute, das heißt jetzt nicht, dann am Dienstag all in gehen und hier, der Lochner hat es gesagt. Doch, doch, genau. Ganz wichtig. Keine Anlageberatung, keine Empfehlung. Und ihr entscheidet bitte selber und auch immer Risiken beachten. Nichts Internet. Richtig, kann man nicht oft genug sagen. Ist das Internet im Marsch? Jetzt los hier. Dann benutzt dein Handy. So. Mit dem Internet. Weißt du, was ich auch schön finde? Da könnten wir eigentlich mal eine eigene Sendung drüber machen. Ah, warte, warte, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Die ist, wir haben sie am 21.08.2023 in unser Depot genommen. Wie viel Prozent ist sie im Plus? 40 Prozent. 40. 40,63 Prozent. Schon krass. Auch sehr, sehr stark. Weißt du, was ich neulich gesehen habe? Dass Julia Leischig einen Podcast hat. Ja, der ist brutal gut. Da wusste ich auch schon wieder lachen. Ich hab letztens wieder, Mario, ich möchte sie einmal einladen in Locker-Room-Talk. Darf ich das tun? Ja, von mir aus gerne. Aber ob die kommt? Ich hab letztens wieder so krass geweint. Das ist wirklich. Nein. Nein, das ist einfach, da war ein Mann, der ist mit seiner Mutter, der war da ganz klein, sind die nach Algerien ausgewandert, wegen des damaligen Partners oder so. Aber die eine Tochter wurde zurückgelassen, also seine Schwester. Und der war jetzt 70. Das war über 60 Jahre her. Und die haben sich 60 Jahre nicht gesehen. Und dann haben die die zusammengefüllt. Also Schwester und Bruder. Halbe Stunde geweint. Ja, ich find das wirklich schön, aber es interessiert mich trotzdem nicht. Ich find's ja schön, dass sowas gibt und ich freu mich ja dafür. Aber irgendwie hab ich, wie gesagt, ich brauch das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Ich brauche Julia Leischig in meinem Leben. Ich freu mich auch immer, wenn du dich freust und wenn du mir davon erzählst. Aber irgendwie hab ich keine Lust, das zu sehen. Jede Woche kann ich meine Gefühle frei rauslassen. Das ist doch super schön. Also eigentlich hab ich nur noch Spaß am Talk und an Julia Leischig. Ja, das ist doch schön. Ist dir eigentlich klar, dass die Türkei in dieser Woche sexuellens gegen Österreich verloren hat? Das ist auch gut. Wir haben schon mal gegen die Österreicher verloren. Ja, das stimmt. Das ist ein paar hundert Jahre her. Ein paar hundert Jahre her, ja. Hätten wir damals gewonnen, ne? Ja. Hätten wir das geschafft, dann wählt ihr jetzt alle Türken. Ja. Ich freu mich auf die EM auf jeden Fall. EM wird krass. Ich hab letztens mit den... Georgien ist ja jetzt zum ersten Mal dabei. Ja. EM wird heftig. Ich hab geguckt, die türkische Mannschaft ist ja in Basinghausen stationiert. Die Deutschen ja in... Ja, Herzogenaurach, oder? Adidas Town. Dazu noch ganz kurz. Das ist das erste Mal, dass wir beide denn davor reden. Über Adidas, Trikot-Sponsoring, etc. Ach so, stimmt, ja. Dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Heute überziehen wir, aber ist mir eigentlich auch egal. Echt? Ich muss sagen, der erste Impuls war ja von allen Skandal. Und bei mir auch. Ich war so richtig stammtisch, hab gesagt... Du hast gesagt, ja, ich hab mich von Anfang an nicht aufgeregt darüber. Wenn man sich mal da so ein bisschen reinfuchst, eigentlich... Also, Nike ist genauso deutsch wie Adidas irgendwie mittlerweile. Also gar nicht. Adidas ist ja auch ein internationaler Konzern. Und wo mich dann ein Kollege, der Nick, draufgebracht hat, ist, es gab mal eine Zeit, wo Adidas einfach kaum mehr eine deutsche Mannschaft gesponsert hat. Also die hatten Bayern in der Bundesliga und sonst eine Zeit lang gar nichts. Mittlerweile haben die, glaube ich, wieder Schalke, Nürnberg und so. Aber eine Zeit lang haben die einfach gesagt, so, nö, machen wir nicht mehr. So viel zum Thema Nationalpatriotismus. Ist schon krass. Und dass sich dann natürlich Leute wie Robert Habeck äußern, die vor ein paar Jahren noch gesagt haben, ihn kotzt Patriotismus an. Vaterlandsliebe. So, ist halt schon irgendwie lustig. Ja, aber ich muss sagen, in dem Fall fand ich fast noch peinlicher Boris Rhein von der CDU, der gesagt hat, ja, also den Welt... Also erst schon mal den Weltmeister sponsert Adidas und nicht ein amerikanisches Fantasieunternehmen. Also erstens sind wir gerade gar kein Weltmeister, sondern wir müssen jetzt erst mal schauen. Gut, die Fronterspiele waren jetzt mal wieder ganz gut, aber vom Weltmeister sind wir sehr weit weg. Und Nike als dann so Fantasieunternehmen, wo ich mir auch denke, okay, wo ist da eigentlich gerade, wo kommt der Höhenrausch eigentlich gerade her? Ja, also wenn man generell amerikanische Unternehmen, Nike ist ja auch größer als Adidas, also ein erfolgreicheres, größeres Unternehmen aus einer Volkswirtschaft, die gerade sowas von viel, viel besser läuft, dann so von oben herab das beurteilt und dann, wie du es ja gerade erklärt hast, auch irgendwie völlig ausblendet, dass Adidas auch kein so richtig deutsches Unternehmen mehr ist. Natürlich ist es ein deutsches Unternehmen mit deutscher Tradition, aber trotzdem ist in Hand von sehr vielen ausländischen Investoren, hat Produktion natürlich auch im Ausland, was ja auch, ich will das jetzt gar nicht werden, das ist ja völlig normal. Aber also dieses dumme Gesabbel, ganz ehrlich, das hätten sich einige Politiker wirklich sparen können. Und zwar aus eigentlich gefühlt allen Parteien. Und wenn man immer sagt, der Markt regelt Marktwirtschaft, ja, Aki Watzke fand ich sehr schön, seinen Kommentar dazu. Es gibt einen Punkt, ich weiß nicht, ob Nike das immer noch macht, das war 2017 so. Kannst du dich noch erinnern, als die Paradise Papers rauskamen? Ja, ja. Das Nike zahlte damals nicht einen Cent Steuern in Deutschland, weil die ja alles über eine niederländische Holding laufen und irgendwie alle Verkäufe in der EU laufen über diese holländische Holding. Ganz kompliziert. Aber das war damals so, wenn du ein Nike so gekauft hast, hattest du eine Rechnung aus Holland irgendwie und die zahlen nicht einen Cent Steuern in Deutschland. Und die Steuerdifferenz konnten sie vielleicht auf das Angebot für das Trikotsponsoring draufpacken. Das wäre natürlich frech. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch so machen, machen dürfen. Das ist halt Punkt, das ist dann ein bisschen unfair, wenn Adidas hier Steuern zahlt und Nike nicht. Gut, das ist wieder eine andere Baustelle, klar. Aber grundsätzlich... Da gibt es sehr viele Dimensionen, finde ich. Aber grundsätzlich dieses, Adidas ist deutsch und Nike ist ein böses Fantasieunternehmen aus den USA. Also das ist schon wirklich unterste Schublade. Aber um zurück auf die EM zu kommen, ich hoffe irgendwie auf ein Spiel Deutschland-Türkei-EM-Halbfinale oder so. So ein richtiges Skandalspiel. Skandalspiel, also dass die Türkei da gewinnt, in 100 Jahren nicht. Glaube ich nicht. Einfach, ich weiß nicht, irgendetwas, Talent ist es nicht, aber irgendwie... Weißt du, mir ist das egal, ob Deutschland oder Türkei gewinnt. Ich bin so Nationalmannschaft und ich war nie drin. Also ich freue mich... Wen bist du denn dann, für gar keinen? Ja, nee, ich habe einen Spaß daran, wenn es zu Skandalen kommt. Es tut mir leid, es ist so. Weißt du, ich wünsche mir das so richtig... Ich stelle dir vor Halbfinale, ja, in Berlin oder so, Scholz auf der Tribüne, Erdogan auf der Tribüne, ein hart umkämpftes Spiel, rote Karten, Handspiele, Elfmeterschieße... Und Olaf, Rot, dann rüber mit der Faust. So alles so, es geht richtig ab. So und dann gewinnt, sagen wir mal, Türkei gewinnt und dann Autokorsos in der Stadt und so. Da habe ich, ich mag es, wenn die Welt brennt. Ich gebe es zu. Ich fand das immer so toll, früher mit Merkel. Ich habe mir immer gedacht, was, wenn du dann da gewinnst und die stolzen Türken unterliegen dann oder die Italiener und dann musst du sehen, wie Merkel da oben steht und klatscht. Ich habe mir immer gedacht, das muss doch, da kriegst du noch richtig einen oben drauf, da muss dir doch richtig der Kragen platzen. Das hat mich immer sehr glücklich gemacht. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Aber jetzt Olaf mit seinem Grinsen, das könnte auch eine sehr schöne Provokation werden. Das feiste Grenzen. Wie würde Olaf machen? So, glaube ich, so richtig schön. Merkel war krass. Merkel war wirklich krass. Ich glaube, Erdogan verzieht keine Mine. Nee, nee. Wirklich nicht. Also, nee, glaube ich auch nicht. Egal, was passiert. Ich glaube, da, das wird sehr streng. Nee, ich freue mich wirklich drauf. Also, nicht nur weiß in Deutschland, ist generell, ich glaube, das wird ein cooles Turnier. Und ich muss auch sagen, bei Nike, Adidas, ich finde einfach Nike schon immer, ich finde auch die Trikots, die Schuhe, ja, mir gefällt es besser. Die waren ja mal Underdog, ne? Ja. Also, Adidas war ja mit Abstand das Gefühl und dann kam die. Und die Geschichte von Nike, wer sich da mal mit ein bisschen beschäftigt, also mehr unternehmerischer Geist geht gar nicht. Der hat ja früher aus dem Kofferraum raus die Schuhe verkauft. Ja, also. Phil Knight, oder? Ja, also tolle Geschichte. Schuhdog heißt das. Also, das muss man auch mal wertschätzen und es ist mir egal, ob es aus Deutschland oder Amerika kommt. Anyway, wurde viel drüber geredet, ich wollte es nur noch mal sagen. Hauptsache, sportlich läuft es. Das stimmt. Ja, wir müssen uns irgendwas für die EM überlegen, außer pinkes Trikot anziehen. Ja, ich musste heute zumindest nicht im Kostüm, nicht Hasenkostüm, was war es? Chicken. Chicken. Das muss ich mir noch angucken, auch letzte Woche kam ein Kommentar, den fand ich schön. Hört aufeinander, nämlich Gentleman, oder wie das heißt, The Gentleman, soll sehr gut sein und L.A. Confidential ist wirklich ein guter Film. Und hier, ich bin gespannt, Leute, schreibt mal in die Kommentare, guckt euch den mal an, Poor Things. Ich kann euch eins versprechen, er wird euch nicht kalt lassen. Ich bin sehr gespannt auf eure Facebook. Ich habe ja jetzt Zeit. Disney Plus gibt es ihn umsonst, das ist keine Werbung, aber ich sage es euch nur als Tipp, bevor ihr ihn euch bei Amazon Prime kauft für 14, 15 Euro. Disney Plus, glaube ich, kostet jetzt 5,99 Euro mit Werbung. Das kann man sich dann schon mal, kann man sich mal gönnen an Ostern. Ich bin ja nächste Woche im Urlaub. Und eventuell, da habe ich ja Zeit. Ja. Vielleicht schaue ich es mir da an. Ich glaube, dir gefällt der Film nicht. Aber das ist jetzt nur mein, ja, aber schau ihn dir an, vielleicht. Ich probiere es, ich werde Zeit haben, Leute, und wir arbeiten technisch daran, dass es trotzdem ein Locker-Room-Talk gibt, weil wir euch lieben. Und wenn es gut läuft, dann mache ich vor den Pyramiden ein Locker-Room-Talk mit dir. Ja, das wäre schön. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Und wünsche dir schon mal schönen Urlaub. Ja. Hast du dir verdient. Und ich wünsche euch frohe Ostern. Dir auch. Und? Willst du Ostereier suchen? Nein. Warst du so ein Ostereier-Kind? Ja, das gab es schon. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Das war immer lustig beim Opa und Oma im Garten. Das war auch teilweise fies versteckt. Was war das fieseste Versteck? Weiß es nicht mehr. Fällt mir jetzt spontan nicht ein. Aber ich habe schon richtig dumm irgendwo halt. Also nicht so hinter der Tür so richtig billig. Sondern das war schon teilweise richtig. Ich überlege mal, ob mir das einfällt. Aber einmal habe ich es wirklich nicht gefunden. Das weiß ich noch. Und da war auch so ein Brunnen im Garten irgendwie. Das war dann da so dahinter oder dazwischen oder so. Das war schon richtig. Bei der maulenden Myrte. Ja, ja, genau. Ach, das kennst du. Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe. Nee, Ostern auf jeden Fall unterschätzt, finde ich. Voll unterschätzt. Ich weiß noch, ich glaube, das war mein älterer Cousin. Der hat mir einmal so was in meine Kapuze. Ah, ja. Und dann war warm, warm, warm. Das gefällt mir sehr gut. Nee, Karfreitag, auch bester Tag im Jahr. Ich finde, das ist so ein schöner Tag. Da stehen die Uhren still. Und da passiert irgendwie nichts. Das ist so der perfekte Tag. Ich habe Karfreitag so abgespeilt. Einfach zu Hause bei den Eltern auf der Couch und irgendwie geile Filme gucken. Eigentlich so ein schönster Tag. Und auch nicht so, an Ostern ist die Erwartungshaltung nicht so wie an Weihnachten. Weißt du, so Geschenke. Und hier muss ich das noch und das noch. Und hier muss noch gekocht werden und da. So an Ostern ist irgendwie so ziemlich entspannt. Gerade Karfreitag. Ein sehr schöner Tag. Leute, genießt Ostern. Und noch mehr Genuss natürlich mit Beating Beta. 40% sparen. Ihr wisst, was zu tun ist. Danke dir. Danke euch. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.